Der Kings Canyon ist Australiens größte Schlucht und liegt mitten im Outback. Wir verbringen unseren Abend auf einem Campingplatz in der Nähe, weil wir morgen ganz früh den Grand Canyon Australiens entdecken wollen. Was wir da noch nicht ahnen, dieser Tag wird einer der Highlights unserer vierwöchigen Reise. Auf dem Weg zum Kings Canyon. Schatz, wie spät ist es? 6.20 Uhr und 20 Uhr. Soll ja auch Spaß machen. Guten Morgen vom Kings Canyon. Wir sind 300 Kilometer vom Ayers Rock entfernt und ungefähr genauso viele von der nächsten Stadt Alice Springs. Der Kings Canyon liegt im Vataga National Park und der lässt sich auf dem Kings Canyon Rim Walk am besten erkunden. Dieser Rundweg ist 6 Kilometer lang. Wir sind super früh dran, um die Hitze am Tag zu vermeiden. Der Rim Walk hat es erstmal direkt in sich. Es gilt 500 Treppenstufen zu bewältigen, um hoch zum Nordplateau zu kommen. Das aber ist, wenn überhaupt, das anstrengendste auf der ganzen Wanderung. Und schaut mal, entschädigt ein solcher Sonnenaufgang im Outback nicht für alle Strapazen. Oben angekommen führt ein Großteil des Rundwegs über das Plateau des Kings Canyon und immer wieder an den Rand der Schlucht. Und damit alles noch ein bisschen spektakulärer aussieht, gibt es überall gelb, rot und weiß leuchtende Sandsteinkuppeln. Sie sind durch Erosion entstanden. Das Problem, man bleibt ständig stehen, um zu fotografieren, da eine solche Sandsteinkuppel oder ein Ausblick schöner ist als der andere. Deshalb schon mal sorry vorab. Da wir ganz schlecht darin sind, uns zu entscheiden, welche Aufnahme die beste ist, empfehlen wir euch, euch jetzt einfach zurückzulehnen und die nächsten 10 Minuten mit uns unser Kings Canyon Best of zu genießen. Übrigens hätte ich nicht gequengelt, würde Chris dort bis heute fotografieren. Also viel Spaß beim Mitkommen! Bis zum nächsten Mal! 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 Die Hälfte des Weges haben wir geschafft. Jetzt führen Treppen in den Canyon hinab zum Garden Eden. Das ist eine grüne Oase mit einem Wasserpool, in dem man angeblich sogar baden darf. Aber daran denken wir gerade nicht, weil wir unzählige dieser unfassbar süßen Frösche sehen. Für Chris übrigens der Moment, endlich mal sein Makroobjektiv auszupacken. Einige seiner Bilder findet ihr übrigens auf seinem Instagram Account. Ich habe ihn euch in der Beschreibung unten verlinkt. Abonniert ihr ihn, damit Chris sich freut? Nach der Pause beim Wasserloch geht es auf die andere Seite des Plateaus und erneut vorbei an den Sandsteinkuppeln, bis wir dann schließlich an unseren Ausgangspunkt zurückkommen. Musik Musik Bis zum nächsten Mal. 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 Geht's? Gut, gut. Wir kriegen gleich Sprit. Und als wäre die Wanderung durch den Kings Canyon nicht schon Highlight genug gewesen, machen wir jetzt das, worauf wir schon die ganze Zeit hingefiebert haben, nämlich endlich einmal für längere Zeit Offroad fahren. Wie ist es? Wie fühlt sich so an? Cool? Cool? Eigentlich wollten wir den bekannteren Marini Loop nehmen, aber uns wurde dringend davon abgeraten, weil er zu dieser Zeit stark überflutet war. Locals haben uns Bilder von Roadtrains gezeigt, die komplett stecken geblieben sind und nur mit schwerem Gerät befreit werden konnten. Auch wenn wir an die Fähigkeiten unserer Patty glauben, tun wir halt mal so, als seien wir vernünftig und suchen eine Alternative. Die gibt es zum Glück, nämlich die Ernest Chills Road, auf der wir zumindest 100 Kilometer Offroad Richtung Alice Springs fahren können. Wir empfehlen euch, euch nun gut festzuhalten. Auf-Fon-Kontrolle 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 Bis zum nächsten Mal. Wir kriegen alles. Roden Sand, Wellblechpiste, Abenteuer und ungefähr 10 Kilometer, die ich mal am Steuer sitze. Es ist übrigens das einzige Mal in den vier Wochen unseres Roadtrips. Sorry, wenn es gerade so wackelt, aber dem Gimbal ist etwas zu heiß geworden. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Jetzt wird Wasser gekocht für den Kaffee. Jetzt ist er gleich fertig. Mittagspause machen wir im Auto. Es gibt wieder leckere 5-Minuten-Terrine und Instant-Coffee. Kurz vor dem Abzweig nach Alice Springs starten wir dem Hanbury Meteoritenkrater noch einen Besuch ab. Vor x-tausend Jahren schlug hier ein Eisenmeteorit ein und seitdem gibt es einen Krater mit einem Durchmesser von 157 Metern zu bestaunen. Von oben erkennt man den noch viel besser. Untertitelung des ZDF, deinem Musik Musik Herzlich Willkommen in Alice Springs. Wir checken in einen Big Four Campingplatz ein, und zwar einen, wo es Kängurus gibt und jeden Sonntag kostenlos Pancakes zum Frühstück. Ratet, welcher Tag morgen ist. Aber keine Sorge, mit diesen kostenlosen Pancakes werden wir euch erst in der nächsten Episode neidisch machen und dann mit auf einen Ausflug rund um Alice Springs nehmen. Wir haben euch ziemlich viel zu zeigen. Abonniert unseren Channel, um das nicht zu verpassen und schenkt uns ein Like, wenn euch diese Folge gefallen hat. Danke fürs Schauen und bis bald! Musik